So, ähm, in Stockwerk 9 war schon wieder hier eine blaue Tour mit einem Krypto-Schild, der wirklich, äh, mir geholfen hat für Selan. Und, ähm, schaut mal hier. Haha, versteckt unter einem Busch ist so ein Feld, was meine ganze KP wieder auffüllt. Und in Stockwerk 7 hatte ich den Zauber Champion gefunden, was mir später sehr nützen wird. Also, er wird mir sehr nützlich sein am Ende, denn es ist ja der beste Heilzauber, obwohl, ist Valor eigentlich besser als Champion? Ich weiß es gar nicht. Und noch einen Zauber, ja gut, aber den werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen, denn der fisst auch einfach zu viel MP. Naja, und, äh, wie gesagt, die, äh, Monster werden halt immer stärker. Hier sind wir schon bei diesen Skorpionen und Nachtechsen oder was, und Frostimpe und, ach ne, die heißen ja nur Imps. Hm, Imp. Die Mehrzahl von Imp ist Imps. Hm. Äh, hier noch irgendwas? Ja, gehen wir erstmal hier oben lang. Äh, ey, willst du mich verarschen? Na, hab ich grad schon eingesammelt. Hm. Geisterstab, brauch ich nicht. Ja, gut, da komm ich da hin. Dann kümmern wir uns erstmal hier um diesen Kameraden. Um die Nachtechse und um die Stachelechse hieß die, ne? Dieser Igel. Na, jetzt seh ich natürlich den Namen nicht, aber... Kann ich nichts mehr machen. Ich kann's ja nicht absächeln, wir sind ja schon angreifend. Oh, viele Monster. Ähm, hardes Käfer und wie heißt dieser violette Käfer? Ich hab's auch vergessen. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Knallpferd und, ähm, Kobolde. Das sind Kobolde. Kobolde waren... In welcher Höhle waren die denn nochmal? Hm. Ich glaub, als Boses und Berti zum ersten Mal auftauchten? Ich weiß nicht mehr. Schon so lange her. Schon ein paar Monate, oder? Mann, Mann, Mann. Aber ich bin auch echt ewig für so ein Projekt. Und schisst auch, sehr viel Zeit. Und jetzt auch noch die Ahnhöhle zu machen, ey. Ich bin auch bescheuert. Schaustfolter, yippie, yay. Ich liebe diese Attacken. Ich liebe sie. Ach ja, und bis jetzt hab ich immer noch keinen Schadenspunkt abbekommen. Von einem Monster, denn, äh... Sie sind noch zu schwach. Einfach zu schwach. So, hier oben war ich schon. Ja, ich weiß. Also hab ich alles erforscht. Dann sehen wir uns bei Stockwerk 15 wieder. So, irgendwie hab ich voll die Glücksrunde erwischt. Denn jetzt hab ich auch noch in Stockwerk 15, nee, nicht 15, 12, hab ich auch noch den Zauber, äh, Helfer gefunden. Und der kann mich auch wiederbeleben. Und jetzt schon wieder hier eine blaue Truhe. Also ich hab jetzt drei blaue Truhen, Champion gefunden, Helfer und, äh, auch schon zum zweiten Mal so ein Punkt, wo ich mich aufladen kann. Also irgendwie ist, ist dieses Spiel krank, denn es ist viel zu gut zu mir. Naja, ich möchte mich nicht beschweren. Ich möchte mich auf keinen Fall beschweren. Aber vielleicht merkt es einfach, dass das das letzte Mal sein wird, dass ich es spielen werde. Also für eine längere Zeit, denke ich. Und deswegen ist es jetzt, äh, so gut zu mir, das Spiel. Und meinst du, ach, es war so schön mit dir, Haze. Komm bald wieder, spiel mich nochmal. Naja, aber... Wenn es so weitermacht, mach ich das echt. So, wo gehen wir lang, wo gehen wir lang? Wir gehen erstmal hier lang. Skeletor, mit dem Sosa. Yeah, was ist das? Wieso Sosa? Was um? Das macht keinen Sinn. Noch mehr Skeletors. Ihr tut mir leid. Ihr tut mir echt leid. La, 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 la. Oh, ein Kleid gefunden. Hm, wem gebe ich es denn? Maxim? Ist doch langweilig, Leute. Ist doch wirklich langweilig. Ihr könnt mir nichts. Am besten, ihr killt euch selber. Dann habt ihr vielleicht nicht so viele Schmerzen dabei. Oh, das sind... Oh, Königsgoblin und Ork. Wow. Naja, überzeugt hat mich das jetzt auch nicht. Dumm, 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 dumm. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde alles zeigen. Ja, froh's Mahlzeit dann. Also, kommt mir nicht jetzt hier mit Beschwerden und sagt so, jo, jo, der cheatet, ne, und sowas. Ne, ne, das gibt's bei mir nicht. Oder irgendwie, jo, hey, du bist ganz schön faul. Zeig jeden Kampf, jedes Stockwerk. Sonst glauben wir das nicht. Ha, mach das selber. Ne, jetzt ernsthaft mal. Also, äh... Das wäre, glaube ich, auch... Irgendwann viel zu monoton. Naja. Und es wird auch einfach zu lange dauern. Also... Schuhe jetzt im Karton. Ha, 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 ha. Oh, ach. Dankeschön. Namakute. Okay, das war, äh, Stockwerk 15 und wir sehen uns bald 20 wieder. So, diesmal ist irgendwie nichts Besonderes passiert. Und ab Stockwerk 20 kann man irgendwo... War das Stockwerk 20? Ich glaube schon. Äh, die Gotteshand finden. Mit der man sich aus dem, äh... Womit man sich aus der Ahnhöhle hinaus teleportieren kann. Lassen. Lassen kann. Und, ähm... Die werde ich wohl... Erst am Ende gebrauchen können. Denn ich will ja alle 99 Stockwerke zeigen. Also, ihr wisst, was ich damit meine. Und, äh, dann werde ich sie halt erst einsetzen. Falls ich sie überhaupt finde. Oh. Aber das ist ja sehr wahrscheinlich, da ich ja sowieso jede Tour öffne und... Oh mein Gott, war es knapp. Ich wäre fast in die, äh, Treffer hineingelaufen. Dann wäre das ein ziemlich kurzes Video gewesen. Äh, Stockwerk. Ich mache ja nicht für Video ein Stockwerk. Das wäre ja Schwachsinn. Ha. Obwohl. Könnte ich auch machen. Dann hätte ich nochmal so einen Vorfahrt. So 10 Sekunden Videos. Oder wie lange dauern die? Keine Ahnung. Sandgolem. Ja, scheiße. Ich glaube... Ja, das habe ich mir gedacht. Ah, die Waffen sind, äh... Die Sandmänner sind immun gegen die Waffen, die ich zurzeit ausgespistet habe. Und hier bekomme ich jetzt auch zum ersten Mal Schadenspunkte. So ein Mist aber auch. Egal. Wir treffen trotzdem einfach sinnlos weiter an. Denn, äh, Selan wird das schon irgendwie richten. Oder DKA. Ist mir eigentlich egal, wer es macht. Hauptsache, es geht schnell vorbei. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. 98. Ja. Ich weiß, das ist jetzt dumm, was ich mache. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mir irgendetwas Besonderes einfallen zu lassen. Obwohl. Da fällt mir ein. Haha. Da fällt es mir doch ein. Ich habe diesen Gegenstand noch nie benutzt. Bitte stirb jetzt nicht. Ähm. Wer fängt denn an? Selan, ne? Dann sagst du noch mal an. Selan benutzt. Hier die, äh, Superwumme. Habe ich noch nie benutzt. Bei keinem einzigen Spiel habe ich das mal benutzt. Wow. Ist das lame. Eine Sternflucht habe ich bekommen. Ja, super. Okay, dann sehen wir uns bei 25 wieder.